So, nachdem sich endlich die Leute die Quest für mich endlich anbieten, können wir uns weiter in die Schlacht begeben und uns da den Rest holen. Ich brauche immer noch... Wir sind von mir abgeschnitten. Wir müssen erfolgreich sein. Und wir sterben. Okay, Wasser, Elfenentführung... Ach ja, die billige, die billige Variante nehme ich an. Die billige Variante nehme ich an. Das ist kein Problem. Das ist wenigstens noch die einfache. Diese komischen, richtig harten Teile da... Ne, danke, das ist mir zu hart. Das schaffe ich alleine nicht. Aber diese eine billige, wie lange läuft die noch? Genug Zeit. Genug Zeit. Aber auf jeden Fall muss man gucken, was wir als nächstes machen. Also, wir müssen wieder Wasser an Kuriten töten. Dann die heldenhafte Begegnung. Äh, Altmaterial von Krippenstrand sammeln und... So, Surge. So, 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 so... Surge töten. Surge. Ja, Surge. Klingt irgendwie viel cooler als Surge. Surge oder Sorge. Egal. Das tut nichts zur Sache. Ich bin jetzt... Ich muss jetzt als erstes erstmal die heldenhafte Begegnung machen. Und ansonsten... Das ist nämlich der schwierigste Faktor bis jetzt. Der Rest ist ja Pipifax. Ne, das machst du einfach mal so. Bei heldenhafte Begegnung, dafür braucht man mindestens immer Hilfe. Ich hoffe mal, das schaffen wir. Ja, toll. Also, es ist immer noch... Plus 5. Nur der Vorteil an der Sache ist... Die sind nicht sternförmig. Also, die Gegner sind schwächer. Kurz gesagt. Da muss man schauen. Ich muss es ausprobieren. Cool Twisten. Oh, nö. Ja, die machen immer noch Fat Damage. Die machen immer noch Fat Damage. Ja, die werde ich alleine nicht so besiegen. Vergiss es. Wenn ich in Unsichtbarkeit gehe, ist das vielleicht etwas einfacher. Scheiße! Nein, 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 nein. Oh, no, you know. Kleiner Motherfucker. Okay, in Unsichtbarkeit... Abgesichert. Nein! Halt, rein Getränken ist hier nicht drin, Alter. Wenn ich schon meine Zeit hier opfere, dann muss das irgendwie... Worth it sein. Also, ansonsten momentan geht's noch. Es geht noch. Ja, hattest du ja auch deinen Tod offenbart. Das ist nämlich das, was mit dir gleich passieren wird, mein Freundchen. Jawohl. Das funktioniert doch. Das kriegen wir locker hin. Komm schon. Hier, eine Vettel befreien. Easy drin, Alter. Easy drin. Das ist zu machen. Das ist zu machen. Man darf sich jetzt nur nicht hier zu oft treffen lassen. Ansonsten ist das easy drin. Das ist nicht... Das wird... Wenn wir jetzt keine Scheiße bauen... Ist das... Ist das locker... Locker... Lockerflockig. Hier, der eine ist tot. Jetzt holen wir uns diesen kleinen Pisser vom Bogenschütze. Dead. Da sind nur noch die vier Motherfuckers da drüben übrig und das war's. Das ist easy. Das ist zu machen. Ich hol sogar meine fucking Laterne raus für diesen Mission. Einfach nur jetzt ausweichen. Das ist jetzt die Devise hier. Und in Unsichtbarkeit gehen. Das ist auch noch ganz gut. Das kriegen wir hin. Läuft. Läuft. Das läuft. Hier hol ich mal sogar meine Finisher raus. Perfekt. Jetzt einfach nur noch befreien, dann haben wir es. Bam. In your fucking face. Fucking hellenhafte Begegnung. Sehen zwar aus wie diese komischen Seefetteln, aber das ist mir scheißegal. Hier ist sogar Altmaterial. Brauche ich. Ich brauche noch eine Seefettel. Ach, da vorne. Ja, das lief doch gar nicht so schlecht. Also, da sagt mal einer. Das kann man nicht. Das haben wir mal einfach so. Was ist das? Ach, ein Paket. Cool. Ach, sogar ein Gefährte. Ja, Vettel. Hier. Mirana, heute ist dein Glückstag. Hier, entfernen wir mal. Und dann kriegst du... ...dat hier. Kann man sich glücklich schätzen. Also, ich bin ein großzügiger Mensch. So, Dingens. Was? Was? Ach, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Wir hatten doch... Wir hatten doch schon mal das große Vergnügen hier. Da muss es... Ah, hier. Ja, okay. Ihr wollt sterben? Kein Problem. Ich helfe mir Mirana aus, bevor sie hier ganz verreckt. Ja, okay. Das war doch schon mal... ...muss man sagen, es lief gut. Ich hätte schon gesagt, zu gut. Aber ich beschwere mich nicht. Ganz ehrlich. Ich nehme, was ich bekommen kann. Das war... ...im Rahmen des Machbaren. Alleine habe ich es locker geschafft. Einfach mal so locker flockig. Jetzt müsste ich wieder diese komischen Wasserfucker töten. Genau. Davon fehlen mir auch noch ein paar. Keine Ahnung, warum die Quest einfach nur anders heißt. Aber das Prinzip immer noch dasselbe ist. Don't question it. Just do it. Okay. Ich brauche noch Eiddingens. Solche komischen Kisten. Hier sind die Kisten. Da ist noch eine Kiste. Mit meinen Lieblingsgegnern. Die Wasserelemente. Das ist was... Das ist Einsatz. Einfach so in meine Attacken reinlaufen und instant sterben. Das ist das, was ich von euch sehen möchte. Das dürft ihr immer gerne machen. Oh, ein ganz harter. Ah, das ist so ein Anführer, ne? Ach, das war Surge. Ja, super. Dann haben wir dich schon mal auch abgeschlossen. Fehlen nur noch ein paar Paketchen. Ein paar kleine Wasserfiecher. Und dann sind wir hier durch. Also ich locker drin. Also Level 63, die ist schon mal auf jeden Fall. Hundertprozentig confirmed, dass wir das locker noch hinbekommen. Wegen Quests und so müssen wir mal schauen. Ich brauche die fucking Hose. Ansonsten würde ich sogar in Betracht ziehen, hier wegzugehen. Das ist schon ein guter Köder, um mich da... Mich zu motivieren, die Quests weiterzumachen. Ob man es glaubt oder nicht. Bei so einer Level 60er Hose... Guckt euch das mal in ein Aktionshaus an. Ihr würdet... Oh, nein! Nein. Sorry. Das war ein Versehen hier. Sowas kann mal vorkommen. Aber ja, guckt euch mal in ein Aktionshaus an, wie viel so eine Level 60er Hose kostet. Ihr würdet ausrasten vor dem Preis. Und nicht aus Freude. So viel sei schon mal gesagt. Hey, wo kommen die ganzen Funker her? Jetzt kommen Krabbis her? Euch habe ich gar nicht bestellt. Oh, Mirana, du hast bestimmt alles hier gepult. Erstmal sehe ich dich hier nicht. Ja, das ist doch hundertprozentig hier Indiz dafür, dass sie irgendwas... Ach, sie ist tot. Ja, dann never mind. Dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Sorry. Sorry. Dann waren das falsche Anschuldigungen, die ich sofort bereue und zurückziehe. Okay, noch mehr Wasserwesen. Ich brauche jetzt noch sechs Stück. Das sind schon mal vier. Die alle in meine Attacke reinlaufen. Ich liebe es. Das sind die schlauen Viecher. So welche Viecher mag ich. Die so dämlich sind und in meine Sachen reinlaufen. Das ist perfekt. In sowas kann ich leben. Okay, dann holen wir uns noch die. Ich hoffe, da irgendwo in der Nähe ist noch eine Kiste. Dann sind wir hier durch. Genau die Anzahl, die ich brauche. Hier, rück mal die Kisten los. Okay, durch. Da ist die Kiste. Das nenne ich mal ein gutes Management. Werde ich die hundert Leute wegficken. Das kann man immer noch machen. Dafür reicht die Zeit ja immer noch aus. Oh, scheiße. Ah, nein, 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 nein. Oh, no, you know. No, 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 no. Nein. Noch einen Schuss und ich falle runter, glaube ich. Deswegen, das wäre der einzige logische Grund, warum man sich vielleicht für Sinn ein paar Gegenstände holen sollte. Damit ich ein verficktes, schnelleres Kackpferd habe. Also, damit ich hier ein bisschen schneller vorankomme. Weil so könnte ich die Gegend einfach schneller abschütteln und so weiter. Aber mit diesen, mit diesen lahmen Ross. Naja. Ich will mal nix sagen, aber... Da waren schon mal Schildkröten schneller. Okay, das sind jetzt eins, zwei... Das sind vier. Danach haben wir schon mal elf zusammen. Fehlen nur noch sechs. Und dann sind wir wieder durch. Also, es läuft gar nicht mal so schlecht. Wir sind hier, glaube ich, in der Folge... In dieser Aufnahme werden wir hier mit diesem... Mit dem Gebiet durch sein. Sofern es keine Folgequests mehr gibt. Das würde mich als einziges noch überraschen. Okay, gehen wir mal ab. Die hellenhafte Begegnung habe ich... Meisterlich gest... Uh, was ist das denn? Cool, nämlich... Da hat sich's ja sogar gelohnt, der Aufwand. Okay, Level Up ist noch nicht gesichert, aber... Hier, dem Wächter rächen. Was haben wir hier noch von dir? Seid gegrüßt. Ja, das reicht doch nicht. Der Aufen fühlt sich so seltsam an. Es ist so viel graziöser zu schwimmen. Scheiße, es reicht doch nicht aus, oder doch? Fuck, es reicht immer noch nicht aus. Das sind jetzt... Warte mal, das sind jetzt... Das sind wie viele? Das sind 1, 2, 3? Ey, nee, das ist doch nicht euer fucking Ernst. Ich hab doch grad eben gezählt, da waren's noch mehr, als ich gezählt habe. Und ich hab mich nicht verzählt. 100%ig nicht. Ja, okay, dann muss ich halt diese eine machen. Das war hier... Das war hier in der Nähe im Gasthaus. Sobald das auftaucht, das sollten wir genauso wie die andere Quest auch nochmal ganz schnell schaffen können. Also, das würde mich überraschen, wenn wir die nicht schaffen. So, was soll ich hier machen? Kultuisten am Ramm töten. Was sind das denn? Lacedons töten? Keine Ahnung, was das für Viecher sind. Sind das die Trolle vielleicht? Und Warnbojen aussetzen. Okay. Ich glaub, die... Klare Anforderung. Das haben die aber scheiße gemacht, ne? Das ist kacke. Die zwingen ja einen, geradezu alle fucking Begegnungen zu machen. Weil wenn... Wir würden alle... Wir würden 16 Quests insgesamt schaffen, wenn wir jetzt noch die nächste hellenhafte Begegnung machen. Und das wäre halt diese Brunnen der Furcht oder diese komische scheiß Krabbenkacke. Aber das... Ich weiß... Ich muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass ich das nicht schaffen werde. Da muss ich... Da muss ich nicht... Da muss ich nicht viel nachdenken. Ich weiß es. Das war schon Glück, dass wir diese billige hellenhafte Begegnung geschafft haben. Aber... Aber das... Ne, Mann. Das ist nicht drin. Also ich hoffe mal... Und nochmal eine halbe Stunde Warn wegen einer beschissenen Quest? Ja, das ist nicht so... Ah, Mann. Das ist doch zum Kotzen. Was ist das? Ach, das ist eine Warnboje. Ja, gut. Ne, da soll man nicht hin, sondern das ertrinkt, Mann. Soweit habe ich die Message auch noch verstanden. Ich hoffe, das funktioniert. Irgendwie muss das klappen.